Das ist schon mit diesem komische Lern auswendig, aber denk dran, dein Leben ist gleich weg und da hast du wieder alles nach vorne anfangen, nochmal auswendig lernen. Das ist sympathisch. Ja! Ich hab's weg. Du bist jetzt mit Fenner gespitzt. Nein. Ich hab's hier gespitzt. Richtig. Du steckst schon wieder viel zu viel Emotionen rein. Das ist scheiße, 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 das ist scheiße. Ich bin hier zurück. Diskutieren ist sinnlos. Ich bin hier zurück. Diskutieren ist sinnlos. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht bei dir. Ich bin hier nicht bei dir. So, Leben gefunden. Jetzt muss ich irgendwo unten bleiben oder so? Nicht so weit unten. So tief. Das ist ja selber schon festgestellt. Ich kann's halt. Noch haben wir 25 Leben. Ich bin überrascht, dass ich bisher noch nicht einmal am Fass vorbei entsprungen bin hier in der Welt. Zieh die Brüche. Und unten bleiben. Ja? Und dieser fliege ich zur Abwechskammer durch den Ring. Was ist das gegen? Und das hat's gereimt. Ja. Boah, der wird daheim. Ho, ho, ho. Findest du mal schon das Ende übersprungen. Was? Findest du mal schon das Ende übersprungen? Hä? Ja. Wahnsinn. So, ich wollte einmal unten. Sehe ich hier. Ah, wo ist das? Okay. Und unten. Danke, danke, danke. Das war einfach mit Glück. Ja. Bleib jetzt einfach mal oben. Einfach für Ausfall. Was? Zoom. Mal gesehen. Aber solange es funktioniert, alles gut. Kann ich das machen. Kann ich. Oh. Das ist so behindert. Mit dem braucht man echt keine Spiele spielen. Du hast immer so ein Drecksgelück. Gut, wie auch immer das jetzt ging, vor allem haben wir jetzt eigentlich kein Leben groß verloren. Ja. 34. Das wär erst jetzt 2. Level. Ja, Melonen zum Quatsch. Ich seh viele Beile auch uns runterfahren, aber danach kommt Funky wieder ins Spiel. Ey. Erstmal laden, 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 melonen, ich bin allergisch gegen Melonen, das ging alles allergisch. Guck mal, Piranha pflanzen, das ist ja auch Telemonadenflüge, das sah fast gut aus. Ich seh null rein. Gut, dass es gerade zu dunkel wird. Warum sind da zur Hölle quadratische Melonen? Warum bist du schon wieder toll? Du bist so schnell gelaufen und die Melonen war weg. Dann konnte ich nicht mal. Sorry, das ist... Ja, ich schluck auf. Jetzt hab ich erst mal einen Schluck auf. Ich setz mich einfach auf deinen Rücken und... Alter. Jetzt springt er wieder ab. Ja, warum denn? Hier ist noch nichts. Ich springe daneben. Ja, eine Wand. Die Masse ist auf fünf. Gut, dass du die Wand... Die... Könntest du bitte kurz... Wartenisieren? Warte mal, ich muss da eigentlich rechts stehen, dann geht das ja. Bist du auch gestört? Äh, das ist auch schon wieder so ein Level, das man nicht zu zweit spielen kann. Natürlich nicht. Aber das ist das ganze Spiel. Nein. Dann und wann hab ich das Gefühl, dass es sogar Level gibt, da kannst du sogar mit A und Krach noch zu zweit durchkommen, ja? Achso. Dann fällst du auch eigentlich keins ein, aber... Was ist das? Klar, das ist ja cool. Ich kann eigentlich da immer an die Lüste bin, aber... Achso. Schade. Ach du schon wieder. Achso. Lässt auch so viel Zeit. Na, du nehm ich so, dann nehme ich dich hoch und werfe! Und hab alles richtig cool hinbekommen. Oh, willst du mal wer für mich mitbleiben? Ach Gott. Was soll das? Ich will mich mitbeobachten, was man hier machen könnte. Also ich weiß, wo man da ziehen muss, aber... Mir gefällt das nicht. Das ist witzig. Ich muss da oben das Ding eigentlich aktivieren. Ah. Das, was jetzt gehen muss? Das ist ein Ding. Ach komm. Oben ist der witzig. Ich hab ein Cycle, oder? Wahrscheinlich. Ey, dass der auch nicht beim runterfallen sich irgendwie noch ein bisschen bewegen kann. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Oh ne. Übrigens sind das keine Melonen mehr. Und dann? Sieht mir aus wie Köpfe oder sowas. Das ist wie Köpfe oder sowas. Das ist wie Köpfe oder sowas. Das ist wie Köpfe oder sowas. Nein, auch von der vorne. Da sehen Melonen anders aus. Stimmt. Ich hab grad voll Bock mit dem. Ich hab grad voll Bock mit dem. Vielleicht auch. Hätte ich nicht Allergie dagegen. Oho. Nein! 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 nein 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 das ist das bin ich alles nur ein schönes schöne art zu kommentieren eigentlich ist das alles ganz anders ist alles nur ein bildung nichts von dem was der jetzt ist ja weil ich das echt aktuell mal wieder ich muss mir ja selbst loben ich bin so scheiße besser nicht was du bist du musst übrigens mit wackeln auf einmal ja natürlich ich kann die ganze zeit nichts machen aber hauptsache da muss ich dann mitspielen äh multiplayer komplett versagt nintendo das ist ja auch sehr nett weißt du bei sowas wie zum beispiel Mario Kart ja eigentlich ohne probleme funktionieren ja da musst du doch nicht drauf achten dass alle irgendwelche bild sind egal was du mal vorerst mal viele checkpoints wollt ihr hier noch machen weiß ich nicht aber ich verstehe es und das kann jeder schritten checkpoint ja gut endet euer Rhythmus abgeführt haben wir ein bisschen beim Rhythmus gefühlt genau was ist das hier? nichts da hab ich nicht gehen damit wollte ich nicht ich hab nicht getroffen ich hab fucke nicht getroffen da hab ich gar nicht so schlecht aber ja ich bin lange nicht gestorben ich war am starten aus kriechtet hier da hab ich nicht so schlecht Es war, war, es war einfach. Und... Lass mich durch, ich bin Ars drüben, Affe. So, stehen, hauen. Sag mal, hat da so viel Zeit? Hm? 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 Ganz ruhig. Was musste ich jetzt machen? Muss ich jetzt doch irgendwie ewig warten? Weil... Auch so arschig von dem Spiel. So vormachen, als hätte man gar keine Zeit für irgendwas. Fünfte Welt? Ja, aber ich dachte, es wird von Anfang bis Ende mal leichter. Das war zumindest so der Erquicklung heute. Wie, du fängst mich gleich wieder einkranzig zu werden. Ich hasse dich. Nee, ich will das Ding. Oh, das ist eigentlich alles. Wir spielen, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Magic. Ja, das würde meine Laune helfen. Ist mir egal, das hilft meiner. Ah, okay. You're fucking kidding me. Hin, zurück, drüber. Vor allem muss man vor das Ding über das Abstützchen abspringen. Bevor man es sieht. Ja. Kleine ist das schon die ganze Zeit. Hey, ein Fass. Cool. Nein, dann habe ich da nicht wieder neues Leben. Nee, noch dreimal da. So. Gut. Pützen, pützen. Hüpfen. 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 Alles rassen. Hüpfen. Das Ballon. Nee. Wo ist er denn hier? Oh, guck mal. Das ist wirklich kalt. Das war die größte Verarsche aller Zeiten. Nein. Nein. Nee. Gut, die Sprunghöhre reicht halt nicht. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. Das habe ich jetzt nicht wirklich gerade so gesehen, wie das wirklich war. Das war halt so ein Fick. Ich habe mich schon gewundert, warum es so einfach so nett ist und ob das war es schon. Ja. Aber sie haben dir eben noch eine faire Chance gelassen. Ja. Okay, sie müssen die Chance schaffen. Die faire ist, weiß ich nicht. Du hast dich schön ausgedrückt. Du hast dich schön ausgedrückt. Oder es gab da unten vielleicht den alternativen Ausgang. Hüpfen. Hüpfen. Ah, so. Dann geht das auch mit dem Leben. Jetzt da rüber. Und dann wird es arschig. Okay, das heißt du musst das sogar so machen. Ja. Aber da geht ihr trotzdem auch erstmal in der Arsch auf Klant Eis. Das gibt es nicht. Das kann jetzt glaube ich noch ein bisschen länger dauern. Und macht für die trotzdem zwei Leben, ne? Zwei Leben, das ist schön. Wie gesagt, meldet mich halt ab. Ne. Manchmal will man dich ja noch sehen. Was wir versuchen könnten ist, dass ich da unten absteige. Ja. Das ist erst bald. Ich kann ja nicht dann mit dem Arcade-Logsack was machen. Du musst ja auch nicht. Du kannst ja auch höher springen. Ne. Aber du musst ja eigentlich frühzeitig abspringen. Am besten noch so ein bisschen gleiten. Du bist dann die ganzen. Nur ein Scheibchen erschörend. Ja. Dann bleibe ich einfach sitzen und gewöhnlich. Herrlich das Multiplayer-Spiel. Das ist nicht so. Das schlechteste Code im Weg gesehen hat. Mhm. Oh Mann. Oh. Komm. Einfach. Das ist ja ein bisschen noch schneller gewesen als eben. Aber es sah knapper aus, ne? Ne. Es sah jetzt knapper aus. Hau an! Doch ich kann raus das doch. Und wo kommt es jetzt hin? Naja. Wird immerhin gesorgt. Und so. So. Jetzt ganz schnell rüber. Okay. Jetzt wieder abspringen. Und da. Und da. Und da. Und abspringen. Gehen wir hinbleiben. Ja. Da hat irgendwas geschafft. Ich hab mir einfach nur das Ziel gewollt. Oh Gott, Alter. Boah. Jeder Level ist irgendwie so wie ein. Keine Ahnung. Ein sehr langer Kram. Ein Albtraum, aus dem man einfach nicht auffangen kann. Bis man ein Fass am Ende sieht. Und es zertrümmern kann. Und dann. In den nächsten Albtraum. Ein Albtraum fällt. Ja, ja. Und der Hintergrund macht das nicht besser. Funky. Hey, grüne Ballons sind voll cool. Ich verkauf sie dir nicht. Wahrscheinlich musst du die erst irgendwo in der Sonderwelt freischalten. Ja. Könntest du mal Hering im dritten Video schauen oder so. Der hat ja immer schon 6.000 Leben schon. Und äh. Ist wahrscheinlich schon durch. Vermutlich. Ich weiss halt nicht. Geh mal auf 40 Leben hoch. Hammer war. Ja, was soll ich denn sonst kaufen? Dann gibts mir ja nichts anderes. Die Pinguflamen sollen schnallen. Oder dass der Kongs. Oder seine Textboxen länger stehen lassen. Das sieht mir fast schon aus, als hätten wir das richtig gemacht hier. Irgendwann rum. Naja. Auf den Saft. Das stimmt aber Saftladen. Hm.